Hallo, ich bin Christian Bircher, Küchenchef im Apfelhotel Torglerhof. Ich koche mit eng ein geschmachte rote Beete, ein Sud von der Donna Modona Zwiebel und dem Schwarzbrot Crumble. Ich bin Ingrid Mokatti, Küchenchefin des Gasthofs zum Hirschen Cervo Restaurant in unserer liebe Frau in Walde, am Deutschen Onsberg. Heute koche ich für euch die Fichten Cappelletti mit Frischkäsefülle vom Radnockerhof, Mortandela Chips, Trentin Grana von Dutan.